Und dann kommt der Höhepunkt von Lucys Besuch im Hot Rod Hangar. Sie darf mit Dominik eine Runde im Hot Rod drehen. Gut festhalten, Lucy. Gleich geht's los. Halt, bitte. Vielleicht, aber wir müssen jetzt leider weg. Es ist so was von Laun hier. Man kann überhaupt nichts hören. Aber das Gefühl ist unfassbar. Und das ganze Auto rüsselt. Ich schau mal jetzt, wie es ist, wenn mir ein bisschen Gas gibt. Im Industriegebiet in der Nähe von Wien kann man natürlich kein Viertelmeilerennen fahren. Aber ein bisschen Gas geben auf der Geraden geht schon. Ich hab's überlebt, glaube ich. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Das ist ein richtiger Hammer. Wir schieben den Wagen wieder rein. Ein Hammer Tag. Und ich hab auf jeden Fall was gelernt. Sprich, ich werde jetzt eine Airbrush-Künstlerin. Und Hot Rodderin. Und Hot Rodderin. Und überhaupt. Super. Ey, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Danke fürs Kommen. Wir sehen uns ja wieder, weil du machst jetzt einen Helm sowieso für mich. Erstmal fertig. Ganz genau. Bring ich dir dann fertig. Dominik, vielen Dank. Dankeschön. Aufpassen. Ja. Euch. Ja, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.